So, willkommen zurück zum nächsten Abyss-Set. Ich bin bei Gragas, den ich natürlich mitte spiele. Laura spielt auch noch mit, die spielt Leona und Ivan spielt Draven. Immer die Begeisterung, wenn er sich selbst vorstellt, dann immer, mh, ja, Laura ist auch noch da und Ivan auch. Was du für ein Scheiß erzählst. Willkommen zur League of Draven. Meinst du, ich sollte gegen Jarvan vielleicht mal mit dem E starten? Könnte ich theoretisch machen, ne? Würde ich den richtig hart outscanen, aber ich hätte dann AD-Ruhen mitnehmen müssen. Also AD und AP, ne? Hybrid-Ruhen wäre besser gewesen, ne? Kann ja nicht jeder wissen, ne? Ne, weiß ja. Ich hab's nicht so. Macht ihn jetzt aber auch nochmal für einen Schaden. Wie bitte? Macht jetzt aber auch nochmal für einen Schaden aktuell, bei den Skills. Äh, 100, 120 ungefähr. Ach, total. Wenn er ein Spell misst oder geht er sich drauf für eine Bauchrauma-Skillz, kannst du dann direkt wieder nach 4 Sekunden Bauchrauma machen, Alter. Naja, nicht ganz. Und du hast wohl einen dicken Bauch. Ist wichtig für einen Bauchrauma, musst du wissen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann doch super gut tanzen, naja, guck mal. Dass du tanzt. Komm, ich helfe euch sogar. Find ich nicht nett. Alter, der heißt ernsthaft TSM Chemics. Und ich hab'n Nasus in der Mitte, ne? AP-Nasus. Ezreal ist top, das heißt, wir haben Yawan. Wir haben trolls. Ich hab' echt AP-Nasus, Alter. Oh Gott. Wir haben jetzt Yawan-Dings, Alter, die... Yawan-Svash. ...damage ist. ...gehüftet werde, bin ich da an. Ach, ich denke nicht, dass sie die Dain auf CC ausgelegt haben. M-m-m. Damage für Doom. So. Ready for first Tower Dive. Alter, wie viel Damage macht der in so'n scheiß Spirit Field, Alter? Was ist das denn, ey? Der ist total nervig. Mach mal hin, Yawan hier, ich brauch Devil 2. Ich kann das nicht mehr machen. Sonst komm ich nicht in Tower nach. Soll ich machen, wir sind da ran. Tschüss. Ist eigentlich immer dieselbe Mechanik hier bei uns. Fies, ist das schon wieder rein? Fläche, ich fläche Level 1. Warum, warum seid ihr immer so fail, ey? Wie? Ja gut, warum ist Yawan immer so fail? Ah, no, 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 no. So Nasus, jetzt hast du keinen Mana mehr. Was machst du denn jetzt? Das würd ich gerne mal von dir erfahren. Bär. Wo geht da unser Dane hin? Oh, der kriegt ja gar kein Damage, Alter. Ja, ja. Nasus hat drei Stacks. Minute vier. Sagen, bei ihm läuft. Na, Panasus, Nasus. Der hat doch nie Mana, Alter. Ich weiß gar nicht, was der hier bezwecken will. Der hat einmal, der hat einmal am Anfang ein bisschen reingespampt mit seinem, äh, mit seinem Spiritfire, aber danach hat er einfach nichts mehr gemacht. Einfach gar kein Mana mehr. Das ist total sinnlos. Leicin reißt ihn jetzt ab, oder? Also sagst du eigentlich zu den Leicin-Änderungen, Yawan, die jetzt kommen werden. Da hat noch keiner gelesen. Ziemlich krass genervt, ne, mit Leicin. Ja, der wird genervt und later gebufft, so wie ich. Oh, ich musste flashen. Okay. Nicht so strong parry. Flash, flay. Ist das wieder AD-Trash, oder? Was habt ihr da für eine komische Lane wieder am Start? Ne, Yawan ist am Farmen. Oh, er hat Mana-Putz mit. Mhm. Guck mal, ey, da wollte er mir echt die Minions wegnehmen, oder? Na, 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 K. Das hab ich aber auch echt noch nie begriffen, warum man sich irgendwie so nennt wie irgendein Pro-Team, ey. Also, das geht mir echt auch nicht in den Kopf rein. Also, wenn man da mitspielt, das hat was anderes, aber... Nehme ich mal an, spielt da nicht. Also, der Nasus spielt richtig dick Stacks haben. Der hat 15 schon. Ich weiß auch nicht genau, wo da der Plan hinter steht, aber gut. Okay, der ist halt dran. Ich kenne die sowieso nicht, weil die sind dreimal stärker. Ja, die sind mega nervig einfach. Ey, ich fühl mich wie die Vayne gerade im Game. War die Vayne nicht Yawan? Oh, mein Gott. Die Laura trollt dich ein bisschen, merkst du das, Yawan? Die Sin war top. Und das Game. Ja, mal gucken, was der Nasus reißen wird. Nasus ist übrigens ein bisschen hier, ne? Ja, der ist bei uns. Und wir glauben, er ist schon wieder auf dem Rückweg. Oh, da war ein... Haben wir hart? Oh, nein. Bitte töte mich nicht, Nasus. Alter. Danke. Ich bin pushed all they got. Lol. Das ist für die Ulti, komm, Gruner. Auf, Evern! Das war aber auch wieder ziemlich knäpp, ne? So, das sind aber euch unten wieder vom Tudel, ne? Ja, das nervt halt mega mit dem CZ den die haben, ne? Da muss einmal gehuckt werden und dann ist er tot, ne? Ja, da kenn ich nen Trick. Nicht gehuckt werden. Ja, genau der. Ja. Kann das gehen? Mitte ist Lee. Ich kann bis jetzt eigentlich relativ gediegen fahren. Also es hat jetzt Blue. Also ich weiß noch nicht ganz genau was das hier wird, aber gut. Also das mach du mal. Wirst schon nen Plan haben. Ich denke, den spielt doch alle so tanky, ne? Ritzenwind? Heißt der echt Ritzenwind? Cooler Name. Ja, da ist Ritzenwind. Wir machen die Track. Oder sie töten mich hier. Oh mein Ulti hat so raus. Ja komm, ich wurde hier, wurde hier gebucht und den beide rüber. Was sollte ich machen? Na, ganz nix machen. Botlane ist... ...zerstört. Ivan, du wirst gekillt, ne? Sollte dir klar sein. Die sind aber auf nem Tryhard-Kurs hier, ne? Ja, echt krass sein. Ja Ivan! Nimm sie mit! Ich weiß nicht genau inwiefern das Worf war für die, aber gut. Was hat denn der Ezreal hier oben? Ezreal Ulti kommt, Bruno. Na, das geht trotzdem auf Triforce, aber... Ich weiß zwar nicht, was das für einen Sinn macht, wenn man keine Stacks hat, aber gut. Natürlich sind wieder sonst wie viele hier. Tschüss. Da vor dich, hinter dir meine ich. Nice gemacht, Laura. Jupp fand ich auch. War zufrieden mit mir. Das war richtig nass. Der Kha'Zix kommt rein. So, was hat Laura denn gemacht? Alter! Alter! Ich hab den Coup von Ysin abgefangen. Der ist an mir vorbei. Ich hab... ...den mit E hinterher gestunnt und bin heile raus. Klingt jetzt nicht so cool wie es war, aber es war cool. Nee, 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 nee. Der Todesbate. Bates of Doom. Bates of Doom. Bates of Doom. Deine Mutter ist fett und stinkt. Hat er geschrieben. Da ist wohl jemand mad. Ach so. Siwana hat die Rungenmechanics. Pretty nice. Pretty nice. Ja, sind wir Widerstand schuld? Ja, der hat 4 Dora. Alter, warum sind die Games immer so trollig, Alter? Das versteh ich nicht. Warum sind denn immer so komische Troll... Äh, wir haben keine Chance. Tschüss. Tschüss. Habe ich ihn mir eiskalt weggesprengt. Ja, ja. Gnasus hat 54 Stacks nach 14 Minuten, Alter. Alter, wenn der Damage macht in dem Game noch, ey, dann bin ich echt sehr verwundert. Alter, der Jarvan hat 100 Farm hat der Jarvan. Alter. Ja, wir können hier unten auch nichts machen. What the hell, ey. Oh, ja. Da wär's draufgegangen. Ja, ja. Ja, der kommt hin. Aus der Net. Jarvan ist down, Jarvan holt sich den Kill, der kommt ja entgegen. Alter, wie viel Damage einfach dieser Scheiß... Ach, echt, ey, dieser Scheiß-Li-Sin-Kick, ey. Der macht so einen abgefuckten Damage, ne? Okay. Alter, der ist schon richtig krass, Alter, der Typ, ey. Heilige Mutter, ey. Der ist echt schon richtig strong. Oh, ist das unlustig, ey. Ihr habt aber auch immer so ein Glück, ne? Ihr habt immer so eine Troll-Lane, echt. Ich finde das eher schlimmer, dass man als AD einfach mal gar nichts mehr zu melden hat gegen solche Troll-Lanes, Alter. Kino, wer weiß. Kino, wer weiß. Ach, natürlich. Die Sim kommt bot vielleicht. Der ist auf dem Weg! Oh Gott! Ich komm auch! Och Gott! Die Nase ist auch noch her! Tschüss! In der Nase ist er gekommen! Keine Ahnung! Was ist mit Drake oder so? Er hat noch zwei gekillt! Nope! Okay! Oh Gott! Wolltest du doch ein interessantes Game haben, Ivan, oder nicht? Nein, Ivan, wollt ihr ein Game haben? Ich freu mich ja überhaupt nicht über das Game! Sondern über mich? Nein, warum? Ich bin jetzt eigentlich back, aber die chasen mich wieder! Noch jetzt der Drake! Alter, das sind solche Freaks, ne? Echt! Boah, echt! Was bin ich froh, wenn das bald vorbei ist mit Lee Sin, ne? Echt, ey! Dieses dämliche rumgehüpfe, das geht mir so auf die Ketten, ne? Echt! Kannst du kaum abwarten, ey! Bis es halt endlich vorbei ist, echt! Jörg! Das ist der ganze Champion im Arsch, Mann! Ja, was... Der ist einfach mega retarded, Alter! Der Kick von dem, der macht so unglaublich ein OP-Damage einfach nur! Echt! Der ist einfach nur richtig abartig, Mann, dieser Schaden! Zweiter ist das schlimmere Spiel, ja? Aha, aber wenn man spielen kann, finde ich, ist Lee Sin einer der schlimmsten Helden! Also wenn man den... Weil man einfach aus den Mechaniken von dem so viel rausholen kann, dann ist einfach mega abgefuckt! Der Estreal, der ist super strong, Alter, echt! Nein, 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 lass mich in Ruhe! Alter, wie weit der Jarwin gerade angeflemmt kam, ey! Er platzt halt auch, das... Wir haben da eine Wort, wo der steht, die holen ihn gleich rüber! Weg, man weiß! Die sind auch pre-made, ja, ne? Ja, Potem auf jeden Fall! Potem ist pre-made mit... ...mit Nasus! Das andere wäre ja auch unerwaffelt! So, let's go lose! So, so tankiger Thrasher! Also wir müssen Thrasher ignorieren, aber er hat so BCC, ey! So, was ist das denn? Wo ist der Problem? Wo ist der Problem? Alter, ich hab echt diese Map-Bugs, ne? Die gehen mir so auf die Ketten! Also die sind, ne? Der praktisch... Der war grad einfach mal irgendwie, weiß nicht, ganz woanders! Was? Wer ist der Pinger denn da? Er ist realis, bitte! Alter, das sind solche Tryhards, ne? Echt! Ne, ohne Scheiß mal, ey! Ganz im Ernst, ey! Tja, kannst du nicht connecten, ne? Wenn die, dass ich es hier raus haben, können wir was machen! Okay! Wenn's... wenn... 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 Wenn's Q... Wenn's Q... ...das Q vom Javan oder der Hook raus ist, kann Instance reingehen! Okay! Okay! Entschuldigung! War mein Ignite! I'm sorry! No problem! Ja! Kann ich auch! Ja! Alter, dieser Ritzenwind, ey! Der wird jetzt... Die werden jetzt alle bei mir gemutet, ey! Echt! Dieses ganze Premade, ey! Der wird nachher bei mir erstmal reportet, ey! Die flamen ja rum wie Kinder, ey! Ist ja schlimm! Du gibst mich, Alter! Der hat so einen Lack! Ich hab nichts! Ich hab nichts! Oh, wow! Ah, der letzte Minion! Yeah! Letzte Minion! GG, ey! Ja, hast du gesehen? Also so rapen wir die jetzt von der Kana den... Ja, ja! Ja, wenn ich früher da gewesen wär, ne? Ja, war nämlich auseinander! Ich war aber beschäftigt damit, dass... Wie viel Schaden der mir trotzdem noch macht, ne? Obwohl der null Stacks hat, dieser scheiß Affe! Die Gimara ander der Arme... Schöne... Labert, labert der immer noch der Gimara? Komm, 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 komm! Komm schon, Kha'zix! Nice! Nice! Jetzt den Tower noch... Und dann den Drag! Okay, weil ich einfach alles alleine ist okay. Kha'zix macht aber auch nie einen Call, immer für einen Dragon oder so, ne? Das musst du alles selber machen, echt! Der Jungler, der... Der Jungler macht hier... Der Jungler sagt hier nix an, ey, echt! Ja, okay! Better dir, better dir! Ich find das so krass, dass der... Nasus mir einfach unglaublichen Schaden einfach immer noch macht! Obwohl der 100 Stacks hat nur, ey, das ist echt... Wir sind am Tray! Ja, da siehst du aber, wenn der... Wenn der Champion gefarmt ist, Alter, dann ruht er dich richtig weg! Komm, Ivan! Ja? Ich bin da! Geh rein, geh rein! Ich bin hier auf dem Yawans, wo seid ihr? Ja, der kommt jetzt eh gleich weg! Okay! Ja, man schaue, man schaue, man schaue! Nice! Achtung hinter uns, Nasus! Ich muss den Draven machen! Okay! Ich wollte eigentlich in den Flug... Warum geht der da hin? Ist der bescheuert? Achtung! Achtung! Ah, ich stehe dort schon! Ivan, komm zu uns! Ivan, komm zu uns! Ja, wieder! Ja, einfach hinlaufen! Ey, Leute! Ja, die Sin... Ja, sorry! Die Sin haben auch noch einen! Oh, ist cool, Ivan! Ja, die Sin, den haben wir direkt weggeohnt! Direkt bevor der ankam, haben wir den einfach platzen lassen! Fat Leona, Fat Guy! Hä? Ja, der Nasus hat geschrieben... No! Fat Leona, Fat Guy! Blocks me! Du bist such fat! Das ist so petty! Fuck you, Fat Guy! Hat er geschrieben! So, ich hab die alle gemutet! Ach komm, Wichser! Ich würd' sagen... Stehen sie da, wie die dreckigen... Oh, der macht den fertig, oder? GG! Aber immer... So klein ist es nicht... Also... Ist ja... Ja gut, aber der hatte Free Farm... Ja gut, später, aber... Die hat ja noch nimmer Randweins... Ich hab jetzt so'n Dings... Weißt du... Ich komm, Rona, Ivan... Das sind doch, glaub ich, nicht mal Deutsche... Doch, der Ritzenwind, der kennt ja schon... Doch glaubst du... Stimmt, der hat ja vorhin Deutsch geschrieben schon... Der heißt auch Ritzenwind! Ja, ja... Der alleine... Stimmt, alleine anhand des Namens müsste das eigentlich schon... Deutsch sein... Könnte auch irgendein Genie sein, wann weiß es nicht... Und? Witzig, Laura... Witzig, Laura... Mhm... Total witzig, bist du draus eigentlich... Findest du der Typ? Bei hinten... Hm... Wie viele sind denn da noch? Der Ezra ist da auch, der ist voll eklig... Der Ezra ist mittel... Ich bin irgendwie abgeschnitten... Der ist kaum... Alter, der Damage von mir! OP, Alter! Hast du den Schaden gesehen, Mann? Der Ezra hat einfach eh benutzt, Ivan, ne? OP! Voll, voll nass, Alter! Voll der Holzkopf, echt! Ach, er hat den weggegangen... Da wäre jetzt ein Red-Buff... Ja, du, aber der gerade ist... Oh, Ivan, sorry... Du hast den jetzt bekommen aber, ne? Ja... Okay... Mein Blue-Buff... Mein Red-Buff sah gerade mega merkwürdig aus... Jetzt hätte ich den Buff gerade erst bekommen... Boah... Meinst du, ich soll mir Hourglass holen? Ivan? Oder Lisbane? Ja, Hourglass... Ja... Ja... Ah... Shyvana sieht man auch nicht mehr so oft irgendwie... Lee kommt auf Lee... Ja... Lauf doch... Ach, Gott... Lauf eben bei mir... Lauf weg einfach! Lauf einfach weg! Lauf nicht so bei euch, ho! Ich komme! Ich komme! Ich bin auf dem Weg! Könnt ihr die Stunnen? Ne... Ich kann gar nichts mehr hier machen... Ich bin auf dem Weg! Ich bin auf dem Weg! Ich bin auf dem Weg! Lauf weg! Ja! Ähm, ist hier noch uns einer da? Ne, ne? Ey, wieso hab ich denn da oben den Lee gesehen bei mir? What the hell, Alter? Ey, ich hasse ja diese Minimap-Bugs. Oh ja. Ey, Lee ist mega verpackt. Ja, aber der war noch am Leben, als du tot warst bei mir. Oh ja. Ey, du hast ihn doch gekillt. Er hat mich gekillt, Insta, Alter. Ja, aber wer hat ihn denn dann gekillt? Das ist X. Achso. Oh lol, Alter. Ich hasse das, ey. Ich kann mich überhaupt nicht mehr auf die Minimap verlassen, ey, weil er immer irgendwas rumbuckt, ey. Wie der Nasus geplatzt ist, ne? Richtig krass, ey. Ist einfach mega weggerissen. Ah, die bauen alle super squishy, ne? Die haben keine Magiere, sie. Also wenn ich da einmal ne Kombo reindrück, in die, da sind die instant down. TSM Chemics, ne? Das ist echt super lustig, der Typ. 129 AP hat der. Also ich muss sagen, äh, Full AP Nasus funktioniert eigentlich auch. Also mit Litch Bane und wenn du ordentlich stackst, funktioniert der da eigentlich ganz gut. Hinter uns ist die Sin. Ja. Kannst du da irgendwie was tun? Nope. Ach. Alle Berge, hier. Laura. Ich hatte Angst. Ach Gott. Den kann ich auch alleine fisten. Ja. Na schön. Fisterino. Oh ja, ich glaube, ich werde gefistet. Entschuldigung. Alter ey. Ja, Sonnenfeuer. Ja, ich hab gesagt, Entschuldigung. Ja, jetzt werde ich hier wahrscheinlich noch... Ah, jetzt. Was ist der Letzende, ey? Ja, hier sind zwei in der Mitte. Ich wollte halt back gehen. Ja, weil ich back wollte. Ja, ich weiß, dass du back wolltest. Mein Sonnenfeuer hat halt die Dinge aktiviert. Tut mir leid. Ja. 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 Ich würde zu dir kommen, wenn ich hier nicht fliehen müsste vor den ganzen Idioten. Läuft bei dir, Laura. Ja. Ja, das wollte ich machen. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, warum du nicht einfach schon bei mir recalled hast. Versteh ich gar nicht. Warum hast du nicht schon bei mir recalled? Nicht recalled. Ja, weil ich irgendwo... Du wärst doch locker weggekommen. Du wärst doch locker weggekommen. Ja. Ich hab auch nicht gemerkt, dass es clever war, was ich gemacht hab. Nee. Warte auch nicht. Mann, der Typ, ey. Kha'Zix ist schon mega strong. Die sind eigentlich alle super strong, ey. Mann, aber sie können gar nichts machen gegen uns. Ich bin bei dir, wovon ich auch raus getroffen werde. Bin ich jetzt nicht da. Ja, ich komm gleich zu dir, Ivan. Push mal da weiter, Ivan. Ich bleib mal hier. Trashke ist auf dem Weg zu dir. Geh da lieber weg, Ivan. Trashke kommt von hinten. Ja. Bin doch da. Ja. Ja, da hast du... Chill auch. Hm, geflasht. Sonst wäre er auch kapiert. Ja. Aber Ivan. Ah, scheiße. Mein Dings hat nicht geklappt. Mein Belly-Slam-Flash. War schon zu weit weg. Shyvana ist auch richtig in Solo-Queue-Mission, Alter. Er ist einfach nur... Nur irgendwo am Split-Push, ey. Oh Gott, ey. Split-Push auf Doom. Ach ja, natürlich treffe ich dich hier. Ja. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. I go bot. Ah, draw. Okay. Der Rube ist wieder top, Ivan, oder? Ah, position. I have not even. Was ist los mit dir, Alter? Lieber, äh. Laura, geh lieber weg. Ich hab doch nur geguckt, dass du da safe rauskommst. Ich weiß gar nicht, warum ich immer so viel Damage bekomme, Alter. Echt, ey. Ist echt krass, Mann. Wie viel Schaden mir dieser scheiß Nasus macht, ey. Ist mir echt nicht auch klar, ey. Ich glaub, der hat auch inzwischen schon ein paar Sticks. Was? Alter, der... Jaren, Alter. Der Drohner, 360 AD. Richtig strong, Mann. Der geht auf jeden Fall richtig steil. Was ist denn da oben? Da, die haben unten... Troubles. Kriegen wir mit der Turret. Da, die gehen wie vor groß? Was geht denn da oben? Ich denke, du musst was sagen. Du bist dran. Du bist dran. Dann fällt mir los durch. ne? Liegen ok, da war ein bisschen bad fuck you man wie schnell der platzt oh, da war auch close door nice oh lol ey, warum bin ich nicht einfach rausgegangen, Menschen oh, da hat er sich reinbaten lassen ich brauch grad sagen, Alter, wenn er jetzt weggeht der Kha'zix, Alter, anstatt den Scheiß inheb zu machen, Alter your team has destroyed an inhibitor das ist die Frage, was hol ich jetzt, ey? Glitchbane wäre, glaub ich, noch ganz geil was ist eigentlich dein highest reward gewesen, Ivan? keine Ahnung kannst du das sehen, in der passiven 318 318? ist ja relativ viel sogar das dürften 100 Stacks gewesen sein dürften 100 Stacks gewesen sein, ne? die Shyvana kriegt jetzt auch nen Sack be multin da coin die leечь die 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 Ja lass einfach mal. Lass uns trotzdem Bot pushen. Hier ist ne Wort. Ja, hab ich zu spät gesehen. Hm. Hm. Ach, ich war grad Sonja zu nutzen, ne? Fuck it. Ach, ich hab auch vergessen Dings zu nutzen. Solaris. Na ja, gut. Er hätte uns auch nicht gerettet, aber ich hätte ihn bloß nutzen können. Ich hätte meinen Barrel hitten müssen dann. Ivan ist wieder am Farmen. Vorher fahrt er auch. Achso, stimmt ja, du hast ja tot. Ist gar nicht so einfach mit Draen seine scheiß Echsen, ne? Eigentlich ja, aber man vergisst halt immer, bevor man, oder nachdem man Axt geworfen hat, in welche Richtung man geht, was hin fliegt. Hm, na, keine Ahnung. Also ich hab damit mega die Probleme mit Draen. Ist überhaupt nicht mein Held. Ist überhaupt nicht mein Held. Oh, jetzt bist du down Eon. Boah, Alter, wie der dich pulverisiert, ne? Richtig krass einfach nur, ey. Heilige Scheiße, ey. Der Jarwin ist echt böse. Als ob ihr den Barren macht, Alter, ganz ehrlich. Das schafft ihr nie, ey. Wenn ich da reinkomme und euch wegbumse, dann ist es richtig GG, Mann. Oh, das war strong. Hm. Laura, hast du ult? Ja. Aber ich nutze sie so, dass ich niemanden treffe. Laura, lass. Besser. Ist okay, wir haben den Barren abgebrochen. Wir müssen sowieso daffen. Wir müssen sowieso daffen. Hilfe, ich bin Barren allein. Habe ich ihn aus seiner eigenen Scheiße rausgehauen. Ich habe schon wieder kein einziges Item benutzt, ne? Ich habe drei Stücke. Da ist ein Pink Punch. Ja, habe ich gesehen. Ich habe die Damage gesehen. Ich hab's auch mal geschafft Oh fuck, ich kann nicht mal Ulti usen ey, ich wollte gerade Ulti usen, fuck it ey Nein Ivan Der Lee hat aber auch echt die Mechanics ey Spielt der ganze Spiel, ja okay, aber der ist ja auch Diamond 1 Kann man auch schon so was erwarten Von dem Lee Singer Meinst du ich kann doch irgendwas verkaufen Ivan? Eigentlich nicht ne, ist eigentlich Käse Ich irgendwas verkaufe da Oder? Kann nichts mehr verkaufen Schau mal noch die Elixiere und dann Das ist schon wieder so ein mega langes Spiel ne 42 Minuten ey Leck mich doch am Arsch Und Wir haben den Baron sogar bekommen ne Damit hab ich eigentlich nicht mehr so wirklich gerechnet Ich geh Richtung top Ich mach jetzt eh Damage of Doom also Mit Lich Ban jetzt ist richtig vorbei Ist auch Laura ne 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 Der findet aber auch noch bis zum bitteren Ende ne Ja 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 Wo ist denn mein Dräbel? Ich hab mir eh das geused Ich hab mich dort geschaut Du musst mich dann loben Ich mach das sonst nicht Was da Hahaha Gut Job Laura Gute Job Nein Die Jner hat mich in den Pauken gekickt Wow Und was für ein anstrengendes Game Ah Okay